Was ist denn das hier? Einfach ne Hänkelrunde? Ich will Blut sehen! Hey, ich such nach dem, der hier das Sagen hat. Steht direkt vor dir. Was willst du, du Wicht? Wenn man mir Geld machen kann, würden wir gerne unseren Hut in den Ring werfen. Und wer bist du? Ich bin... Hey! Ich bin der Manager dieses Gentlemen's hier. Glauben Sie mir, er ist ein Monster. Tja, mehr Fleisch für die Wölfe. Wir werden dich zusammenflicken und dann reden wir. Hey, los, hol den Dog. Heute gibt es etwas ganz Besonderes. Unser geliebter Hammer stellt sich einem neuen Herausforderer. Gerade eingetroffen aus... Grundy kommt aus Sumpf. Die Regeln sind einfach. Wer am Ende steht, gewinnt. Abgesehen davon ist alles erlaubt. Na los, seid ihr! Ja! Ja! Juhu! Kämpft! Grundy! 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 Sieht aus, als hätte ich einen neuen Goldeser. Grundy! 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 Kümmer dich gut um ihn, Doc. Und räum die Reste von Hammer weg. Grundy! 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 Geht's meinem neuen besten Kämpfer. Kann er heute nochmal antreten, Doc? Ja, klar. Ich bin eine Weile weg, aber bald wieder zurück. Aber nicht zu lange, ja? Wir haben schließlich einen Deal. Ja, ich weiß. Es wird Zeit für das Hauptereignis! Die Titelverteidigung! Kein Schiedsrichter, keine Regeln! Unser Herausforderer, Mr. Murderface! Ja! Und unser Champion! Er kommt direkt aus dem Mördersumpf! Hier ist Solomon Grundy! Tabitha und Grundy waren ein Paar, bevor er so wurde. Was, wenn er sich zurückhält? Grundy wird gewinnen. Auch wenn das keinen Unterschied macht. Was meinst du damit? Wenn Pinguin Ed will, kriegt er ihn auch. Weißt du, was du getan hast? Firefly ist Pinguins Vollstrecker. Und wer hat Firefly hergerufen, Cherry? Sie hat Pinguin über Ed informiert. Was? 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 Haltet die Klappe! Es ist aus, das war's für dich! Ach, haltet die Klappe! Das hier ist mein Club, das ist mein Revier! Ihr seid nur Abschaum, also macht, was man euch sagt! Die da sind das Problem! Die arbeiten für Pinguin! Die da sind... Die da sind...